Die Gegenwart des Gurus Wie kann man sich die Gegenwart des Gurus bewusst machen? Was heißt es in der Gegenwart des Gurus zu sein? Und wie kann uns die Gegenwart des Gurus weiterhelfen auf dem spirituellen Weg? Da sind einige der Themen, über die Swami Chidananda schreibt in seinem Buch A Call to Liberation, in dem Unterkapitel Be aware of the Gurus presence Swami Chidananda schreibt Liebende Ehrerbietung dem großen Meister Swami Chidananda Ji Maharaj dessen spirituelle Gegenwart wir in diesem Moment erfahren können dessen spirituelle Gegenwart uns von allen Seiten umgibt und dessen spirituelle Gegenwart uns ermutigen will auf dem spirituellen Weg beständig voranzuschreiten Was auch immer du gerne machst als spirituelle Praxis Uneigennütziges Dienen Hingebungsvolle Praxis von Gottesverehrung und Kirtan Konzentration und Meditation Die innere Disziplin von Japa und Kirtan oder Untersuchung und Unterscheidungskraft herausfinden, wer du wirklich bist All das wird durch die spirituelle Gegenwart des Gurus verstärkt und vertieft Diese spirituelle Gegenwart hilft uns von innen heraus, spirituell zu wachsen Diese spirituelle Gegenwart hilft uns, rein im Charakter zu werden Hilft uns, eine spirituelle Lebenseinstellung zu haben Sei dir der spirituellen Gegenwart des Gurus bewusst Die Erfahrung von vielen Aspiranten ist es Wenn sie sich der Gegenwart des Gurus bewusst machen, wird alles einfacher Der große Meister Swami Sivananda ist ein inspirierendes Beispiel Durch seinen Lebensstil, durch seine Lehren und durch die Erfahrungen seiner Schüler Der große Meister Swami Sivananda kann dir deshalb helfen, heilig zu werden In Gedanken, Worten und Tat Die spirituelle Gegenwart des Meisters ist nicht nur im Ashram erfahrbar Nicht nur in der Samadhi Hall im Sivananda Ashram Rishikesh Sondern die spirituelle Gegenwart des Meisters ist überall Wo auch immer du hingehst In dem Moment, wo du dir dieser Gegenwart bewusst wirst, ist sie da Seine spirituelle Gegenwart ist auch nicht nur da während der Zeit des Satsangs zwischen 5 und 6 Uhr Die Gegenwart des Meisters ist nicht nur zu bestimmten Zeiten Sie ist auch nicht nur da, wenn du meditierst und Asanas und Pranayama übst Sondern die spirituelle Gegenwart kann jederzeit gefühlt werden In dem Moment, wo du dich als Schüler des Gurus empfindest, ist der Guru da In dem Moment, wo du dich öffnest für den Segen des Gurus, ist die Gegenwart des Gurus erfahrbar Daher sei dir der Gegenwart des Gurus bewusst Der Segen des Gurus ist immer da Aber wenn du dir dieser Gegenwart bewusst bist Dann wirkt sie hundertmal, tausendmal stärker Lass dich nicht berauben dieses spirituellen Segens Lass dich nicht berauben dieser spirituellen Tatsache Du bist das Höchste Selbst Und in dir wirkt der Segen des Gurus Öffne dich dafür Ob du etwas tust, bewusst oder unbewusst Macht schon einen Unterschied aus Natürlich, ob du weißt, ob die Sonne scheint oder nicht Sie scheint in jedem Fall Ob du weißt, dass dein Herz schlägt oder nicht Es schlägt in jedem Fall Ob du der Gegenwart des Gurus bewusst bist oder nicht Die Gegenwart ist immer da Aber in dem Moment, wo du der Gegenwart bewusst bist Kann sie Wunder wirken Es reicht nicht aus, dass ein Farmer, ein Bauer Samen sät Er muss sich auch weiter darum kümmern und schließlich muss er ernten Genauso auch, es reicht nicht aus, dass du vom Herzen her die Führung eines Meisters annimmst Sondern es gilt zu praktizieren Und es gilt auch, dir immer wieder die Gegenwart des Meisters bewusst zu machen Egal welcher spirituellen Tradition du folgst Mache dir die Gegenwart des Meisters bewusst Ob dein Meister Jesus ist oder Buddha oder Swami Shivananda oder ein lebendiger Guru Es ist nicht so wichtig Aber wenn du den Lehren eines Meisters folgst Dann öffne dich für seine Gegenwart Mache dir die Gegenwart immer wieder bewusst Und lass sie in dir wirken Ja, das sind die Zusammenfassungen eines Kapitels aus dem Buch A Call to Liberation von Swami Shivananda Eine Sammlung von Vorträgen Es war meine freie zusammenfassende Übersetzung